Ich liebe Süßigkeiten, meine Frau auch, aber die hat das ein bisschen besser im Griff. Meine Frau ist so der Typ, die kauft sich einen Kinderriegel, da geht's schon mal los. Einen Kinderriegel. Dann mümmelt die den, ne? Dann mümmelt die die, eine Milchkammer mümmelt die so. Die so ein Eikörnchen, und den Rest packt die wieder zurück in ihre Handtasche. Ich wusste nicht, dass das eine Option ist. Das ist, also ich bin ja sehr ehrlich, ich sag, backstage haben wir Duplus und Kinderriegel liegen und ich sag euch, was ich rausgefunden hab. Ich hab beide Riegel ausgepackt, die sind gleich lang. Ich hab die Rückseiten angelegt, dann hab ich die so aufeinandergeklebt und dann sah das original so aus, wie die kleinen Schiffchen aus der Wildwasserbahn vom Phantasialand. Mit so fünf Sitzchen, und die hab ich alle in den Tunnel reinfahren lassen.